Jawohl, und jetzt langsam, ganz langsam, Rapphofele, Hofele. Ja, so wird es etwas. So, jetzt sind wir gelandet. Wo sind wir denn? Ich weiß auch nicht, wo wir jetzt sind. Wo könnte man sein? Ja, ich glaube, das ist da zu würzen. Also es würzt auch da. Ja, jetzt fliegen wir mal ein bisschen weiter. Das ist ja so ein nettes Städtchen, das Waldsee. Guck mal, der schöne See. Und daheine. Was machst du daheine? Musst du daheine jetzt noch in Slalom fliegen oder was? Jetzt gucken wir mal zum Nachbarstädtchen. Zu welchem Nachbarstädtchen? Ja, zum, äh, der normalen Haule Dorf. Bis gewiss, dass wir da irgendwo landen können. Jetzt gucken wir halt mal. Wollen wir den Schuss sehen. Also gut, auf geht's. Weiter. Das ist also Haule Dorf. Langsam, leider Landung. Ja, hm, naja, was soll ich sagen? Es ist unerträglich. Ja, das stinkt bis zum Himmel hier. Lass uns sofort weiter fliegen. Sonst foulet uns die Nase ab. Also auf geht's. Nachbarstädtchen. Bis zum Himmel hier. Bis zum Himmel. Bis zum Himmel. Bis zum Himmel. Bis zum Himmel. Bis zum nächsten Mal.